Hallo! Oh, vielen Dank für diese... Vielen Dank! Herzlichen Dank mir doch, dass ich hier... mit jedem Menschen... Echt? Was sieht so aus, ja? Ja, ich hab... Ich dachte... Vor anderthalb Jahren angefangen, war es so, als ich da rausgehe. Okay. Und jetzt hab ich immer mehr oder weniger so... Ab und zu gewollt... Jetzt auf der Vicky, ja? Sehr, ganz schön. Sehr, ganz schön. Hey, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist... Wie gesagt, sehr lang genau so. Jetzt bin ich effektiv zurück. Ich hab ein paar... Ich hab ein paar... Ich hab ein paar... Ich hab ein paar... Ja, das ist best 250. Oh-oh! Oh-oh! Aber du darfst also... Ich muss sagen... Ja. Soaringen wie es ist hier... Das Leyte hat sich tat. Ja.. Aber du brauchst kennen? Vielen Dank. 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 Okay. ... 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 Das ist ein Maze, und das ist ein Maze. Oh, es ist 2-2. Was ist denn da nach am streamen? Was ist das? Oder wir können auch noch bandeln gegen G-Pipes. Was ist denn da nach am streamen? 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 Oh, ja. Was ist denn da nach am streamen? 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 Was ist denn da nach an oxen? Ja! Let's go! Let's go! You can't do it? No! Oh! 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 It's too strong, it's so strong. That was the lowest. Are you the last? I don't know. I'm going to play a floaty. Either he's a miracle run or a suit. He's a good one. He's also good. He's good. He's a good one. He's a good one. Rough record. Let's go, let's go. Go for a case. Nice. Great market. Let's go. Nice. Nice. Thank you. Thank you. Thank you. Great. No. No, no, no. Oh, das ist Gold! Falco! Ich liebe Funk und Funk. Und Funk ist der beste Bär out. Wir sehen uns, wenn wir ihn auf der Bärmste schauen. Wir sehen uns, wenn wir ihn in der Bärmste schauen. Und es ist so cool mit Bär. Ja, so cool mit Bärm. Die Bärmste sind so großartig. Die Bärmste sind so großartig. Es ist so großartig. Es ist so großartig. Ich finde es sehr gut. Ja, das ist so großartig. Der Bärmste confusing. Wie hat er alles die Mäste gebert? Das ist das Knie. Wie hat er den Bärmste? Wie hat er den Bärmste tun? Wie hat er die Mäste gebert. Wie hat er das gemacht? Wie hat er die Mäste gebert? Wie hat er das gemacht? Ja, wir sind fertig. Vielen Dank. Don't worry, Nick, you got this? You got it, you got it. Don't worry, Nick, 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 you got it. Oh, not like that. Oh, not like that. Nice. Yes. We got it. We got it. We have no good Sheiks in Berlin. And now? We have no good. Oh, not like that. Oh, dash attack. Nice. Oh, nice. I don't know. Oh, Nick, you got this. Sokal, mehr als Nord-Mexico. Oh, get him! Do something! Ja, do something. Do something! Yes! No! Oh shit. Actually good? He actually plays well? Oh no! Oh no! Oh no! Holy shit! And him! Let's go! Let's go! No! Yes! 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 Oh! Nice! Oh! Los Needlos! No, no, no! No, no! What's up, it's amazing. Yes! Great. Yes, yes, yes. Yes! Yes! It's okay! Vielen Dank. Let's go, Nick. Get in there! That's a good memo. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Wow. So, Dennis. Du musst einen anderen Entgut glauben. Okay? Und jetzt? Let's go, Nick. Let's go. 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 Uh-oh. Verarschen. Nicht verarschen lassen. Uh-oh. Verarschen? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh. Oh, oh. Whoa. Whoa, 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 whoa! Oh my God! Jesus! Wow. Vielen Dank. 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 Okay. Yeah. Wow. Okay. Okay. Wait. Yeah. Okay. Okay. Yeah. 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 Okay. Yeah. 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 Ich muss zur Apotheke und zur DM. Ich muss ein Paket wegbringen. Ich muss zum Frauenarzt und ich muss Passfotos machen. Ich kann dir ein bisschen helfen. Das ist mega viel. Das Paket liegt schon. Das muss ich nur, weil ich spät über mir die Ecke vorbeibringen. Mein Frauenarzt ist nach der Steglitz. Da ist auch ein Passfotoautomat im U-Bahnhof. Und da ist auch eine Apotheke und DM. Also eigentlich kann ich bis Rattersteglitz fahren und da dann alles erledigen. Ich habe von der Steglitz ein bisschen gebraucht. Was ist vor? Weißt du, wie es da steht? Dann finden wir gleich raus. Aber ich hätte halt voll Lust zu... Wir wollen das rein oder Benno gegen... Ich lasse jetzt zuerst Benno gegen Dennis machen. Oder je nachdem, wenn es schnell geht, dann können wir vielleicht den Gewinner von Nick Strat gegen Geldmann oder Fürth machen. Benno und Dennis wären aber auch rein. Was? Benno und Dennis wären auch rein. Ich habe vorhin noch eine Woche, bevor ich losgegangen bin. Ja, genau. Dann können wir auch schon mal starten. Dann können wir auch gleich Rattersteglitz machen. Lass uns mal ganz kurz Cheo nicht sagen. Ja, bisschen nervös. Ich will auch nicht mehr sagen. Ja, aber eigentlich ist es ganz auch jemand, also der will auch... Marius? Marius! Also es kann halt sein, dass er ein Rechner... Ja, das passt man nicht. Ja, ich bin halt voll gerne... Dir gönne ich das. Ich würde halt... Ja, keine Ahnung. Ich könnte es nicht einschätzen. Ich würde halt voll gerne machen. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich machen würde. Wenn du gewinnst, dann machen wir Fragfeind. Ich verstehe auch, dass es für ihn so besonders... Ich spiele ein bester Fall gegen ihn. Bestimmt, ich will sich das machen, wenn ich irgendwie so gar keine Ahnung... Das wäre ich gut. Aber du bist dagegen schief. Du kannst das. Ja. Ich glaube, du hast den. Wenn ich so spiele, wie gegen Dennis, dann hast du ihn. Was? Wenn ich so spiele, wie gegen Dennis... Du sollst das spielen, dann. Komm. Wir stehen. Ja, genau. Aber alles, was ich mir jetzt angekuckt hatte war eigentlich voll... Ich bin nicht für Tiki, du. Das ist so mega, das intuitive Programm ist. Das ist die Kraft klar. Ist mein Mann, oder? Oder sollte ich warte ein bisschen? Er hat es blöd, oder? Ja, wir sollten das spielen. Oh, ja. Oh, ja. Ja, 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 ja. Draußen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ich finde es so witzig, weil ich schreibe Donatus jetzt so normale E-Mails. Ja. Ja. Und ich war so, hallo, hi Donatus, dann frag ich ihn, was ich liebe Grüße mit. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich sehe ihn so ein bisschen als mein potenzielles Vorgesetzten. Ja. Ja. Ich habe ihn gesehen schon mal die Woche, weil ich weiß nicht wie er aussieht gerade. Ja. Sollte ich mir noch vorgestellt? Er wusste zumindest ungefähr auch, wenn du bist. Ich glaube, wir waren oft in demselben Raum am Werbe. Also, steht das jetzt so einigermaßen? Ich will noch mal ein bisschen Zeitform einzuschätzen, um das geht. Ja, würde ja auch viel sein. Ja, und ich telefonieren 14.30 Uhr mit dem Job, und ich wollte mich eigentlich gerne noch vorbereiten vorher. Dann kannst du dich am Kaffee machen, oder? Oh, shit! Also, in dem kann man auf jeden Fall arbeiten. Also, da gibt es Internet und da auch keine Arbeitsplätze. Kann ich nur den Such-Tall da machen? Ja, ist halt gut. Dann können wir direkt nach dem Such-Tall können wir dann gehen. Ich finde, 14.00 Uhr losgeht, ist eine gute Idee. Dann sind wir am spätesten 16.00 Uhr bei dir. Und dann haben wir so zwei Stunden, um uns fertig zu machen. Ja, dann kannst du dir zu dem March danach gehen. Dann kannst du auch gerne mit uns direkt mitkommen, oder später erst? Nee, dann später, glaube ich. Aber ich glaube, ich würde auch mitgehen wollen. Ja. Und abends wollen wir feiern gehen, wenn du da mitkriegst. Ja, ich glaube, du kannst sagen... Nee, abends wollen wir den Geburtstag von Dennis und Stefan oder so. Nee, dann mal Freitag. Musst du wieder selbst wissen, ne? Nee, warte mal. Freitag ist mein Konzert. Das Tristesse-Konzert heißt, weil im Critical March nicht sein kann. Mach mal kurz eine Sprache, dann hab ich früher. Was ist dir wichtiger? Das Konzert oder LGBT-Rights? Ja, schön das. Ja, sag's ruhig, Heide. Ähm, natürlich... LGBT-Rights. Steht der wirklich unter deinem Namen? Nein. Also wir müssen das hinterher noch ändern. Ja. Ja. Was? Was ist für Ihre Möglichkeit? Eine andere Möglichkeit? Ja, sie gibt nicht. Jede Steckdose, die hier geht. Ja, aber kein Stecker ist auf dem Kabel. Ja, hier ist auch überall Steckdose. Ja, ich wusste ja überall Steckdose. Ja, ja, wir sind gerade live, deswegen ist das Mikro hier. Alles ist nice, das ist wirklich insane. Was gibt's hier? Keine neuen Kommentare. Hier aber es gucken auch gar nicht so viele Leute zu. Aber es ist übertrieben krass gerade, es ist nicht der Wahnsinn alles. Oder den Sessel da oder was auch immer du willst, ne? Ich hab ja auch anderes gepackt, wenn du mit dem Kanal bist. Ja, geil. Niemals das erste Game, ich kann mir echt vorstellen, es ist das erste Game. Achso, haben Sie lange ein Handballmuskel gemacht? Äh, kann sein. Du hörst es das erste Game. Oh, schön der ist. Nicht so überrascht. Ich hab mich lange nicht mehr gegen Schicks spielen sehen, weil wir ja keine Schicks haben. Das ist wirklich traurig. Ja. Ich bin richtig und J-Muck feier. Ja? Ja. Bist du auch in J-Fire? Ich bin ein J-Fire. J-Fire. Das ist mein Lieblingsspieler jetzt. Hat der, hat der das Turnier in England gewonnen eigentlich, oder war es der andere? Ne, der hat doch sein Problem, also Zayn hat gewonnen. Der hat sogar seine Quattronna-Problem gehabt. Ja. Ach so mitten im Spiel. Ganz, ganz schlimm. Ja wirklich. Wir lieben Jamie. Wir lieben Jamie. Jamie ist toll. Ja. Ja. Wollt ihr immer was nicht smashen? Wollt ihr immer was nicht smashen? Ja. Wir kommentieren gerade wuchstämlich den Spiel. Wollen wir so mal halt in der Pflicht spielen, oder so. Okay. Ähm. Also nicht wirklich. Ich hab noch nie ähm mit einer chic Peach Zero to Death kommen. Nein. Ey, ich hab's in Circle wieder. Oh, Dennis ist richtig on fire gerade. Dennis macht richtig gute Sachen. Wir sind für alle, oder? Wir sind für alle. Wir hoffen, dass jeder Spaß hat. Ich hab überlegt mir eine Fensterglasbrille zu holen. Oh. Das liegt ein bisschen komisch, aber ich hatte es mir so überarbeitet und mir überlegt, dass man so ein bisschen... Dass er so schlauer aussieht. Naja, nicht unbedingt, aber auch ein bisschen weniger nach sich selbst, so es irgendwie manchmal ganz schlecht ist und so ein kleines bisschen wie so eine Art Uniform. So zu sagen so, auf Arbeit habe ich die Brille sozusagen. Nimm das wenigstens so eine mit so gelbem Glas, damit du nicht so kannst den Bildschirm so, weißt du? Nein, dann sieht man ein bisschen groß aus. Aber er sieht ein bisschen abgefahren. Das ist irgendwie so gelbem Glas. Es gehört, dieser Anti-So-Blaulicht-Glaser, damit du halt eben nicht so krass so Augen-Fatigue bekommst von dem... Ohhhh! Aber das Hauptproblem von so blau... Ja, die Nadeln sind gut geschossen. Flauselig, dass das noch irgendwie schlecht steht und Heide schmeckt doch eh gut. Ja, ja, aber es geht auch ein bisschen darum, dass deine Augen nicht so schnell müde werden beim Computer-Pack. Meine Augen kommt dann. Das sind so... Das sind so Gaming-Glases. Kannst du nicht. Nein. Außerdem guckst du doch den ganzen Tag heute an. Naja, aber jetzt schon auf vier Uhr wieder. Ey, Baddow spielt richtig sick gerade. Das ist insane. Wir dürfen noch nicht besmashed werden. Hat mir lieber gut. Miri hat immer verwunden, auf dem Smash-Stream über Smash zu reden. Das ist so insane. Du weißt, in welcher Welt leben wir? Oh Gott. Das finde ich 19... Oh! Das ist 1984. Ich hasse Hannes West. Oh, ich muss ehrlich sein, die Aperol-Spritze sind ein bisschen schlecht. Oh, ich finde die gut. No offense, wir sehen die. Die sind nicht so krass gut. Der ist ein bisschen schwach, aber ich finde das lecker. Er hat sich richtig Mühe gegeben und ich finde es echt toll. Ich finde den wirklich gut. Er schmeckt nicht so alkoholisch. Ich sage gleich, dass ich etwas Frisches trinke, aber ich habe auch nicht mit dem Aperol gerechnet. Weil mit Bier habe ich gerechnet. Und dabei habe ich gar keinen Bock drauf. Dom und ich haben heute richtig Italientag. Ich habe so Affogatos getrunken und so. Davor hast du... Ach doch. Davor ist Dom. Ja. Ich habe so Affogatos getrunken und da war ich ein bisschen so... Weißt du, was der richtige Sommerdrink ist so? Ja. Das ist ein Aperol-Spritze, dass man nachher beim Weekly Aperol-Spritze... Hast du ja Weltmeisterweise getrunken? Hab ich nicht. Na, das ist zu deutsch. Aber da war ich so ein bisschen so... Oh Mann, fuck, ich habe vergessen die Frage, wie man Aperol mitbringen kann. Und da hat Sebi einfach voll alleine Aperol mitgebracht. Insane. Ich weiß wer Sebi ist. Ich weiß wer Sebi ist. Bibi ist der G. Assane. Ich kann mein Gott. Oh mein Gott nein, nein, nein. Oh letztes Leben. Krass, das ist richtig knapp hier. Ja, und vor allem ist das nicht. Also die 160% hat er gewonnen ohne einen einzigen Prozent. Das ist krass. Werno oder wer? Nein, das hat 160%. Er war vorher schon bei 100%. Okay. Oh, das war's. Tschüss, tschüss. Danke, Jonas, dass du dich kümmerst. Es sind hier drei Leute. War das der erste? Ja, das war das erste. Das hat so lange gedauert. Aber es war ein sehr gut. Sehr gut, Dennis. Jetzt noch. Du musst jetzt noch einen Silvester, hast du entschieden, einen auszudroppen, oder wie? Ja. Ja, dann musst du jetzt noch einen Silvester machen. Machst du noch weiter Classes? Ja, 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 perfekt. Das solltest du eh machen. Semesterfahrt, ja, mega. Und wenn du jetzt um 13 Jahren fährst, dann kannst du das durchentwickeln. Hat deine Familie sich da schon auf Kindergarten fahrt? Ja, auch. Wenn du nicht studierst, dann geht das nicht mehr. Aber dann hast du noch ein bisschen mehr Semestertum. Das ist voll gut, dass du die Zeitspanne jetzt einfach so ein halbes Jahr. Und es wäre ganz klar, das so allmählich zu machen, weil wenn der Song mit Mari vorzukommt, dann könnte das gut für die Credits sein. Falls mich dann irgendwer anfragen sollte, muss ich in der Lage sein, in der Rechnung zu machen. Moment. Gezahlt Mari die Fenix-Posche. Hier doch auch ein Fortslake, oder? Ja, ich denke mal, also bekommen für mich da ein Fortslake. Nice. Mari, der Toxic... Also ich hab bisher auch alles immer voll viel gemacht. Ja. Weil ich auch bisher nur halt die Sachen freundlich macht. Mach doch voll viel. Mach doch voll viel. Aber das Mari-König wird halt dunkel. Wenn da halt Mari-König... Ja. Wenn das ein geiler Song ist... Ja. Wenn das ein geiler Song ist... Nice. Ich hab jetzt lange keinen Mari-Song mehr gehört für dich. Das ist krass geil, oder? Ja, das ist alles richtig. Morgen machen wir den jetzt endlich, endlich mal fertig. Einer verschoben war hier oben. Geil. 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 Ja. Ja, das ist irgendwie mit Mari auch echt mit rauszusetzen. Du setzt aber so eine Banger-Maschine. Wie das Match von Burt und Geldmann ist so? Ja, das war's von schnell. Hausfriedensbruch? Nee, der war aber. Jetzt gleich nicht. Ja, ja. Also jeder, jeder, jeder einzelne Song von dem ist irgendwie krass. Jetzt hab ich nicht versonnen, das ist ja ein Album, das ich gehört hab. Nicht ganz so viel. Welchem Album? Das... Das blauen Kappa, ich weiß nicht. Wann war das denn? Schon weiter her. 22. Nee, 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 das war was anderes. Aber da muss ich sagen, dass man mich irgendwie 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 ein bisschen zu gleichförig leider verraten hat. Ja, also das... Da hat er diesen Outroo so eingesetzt, dass mir die zu ähnlich waren. Das finde ich den Singles viel besser. Ja, genau. Die Singles sind alle richtig krass. Und ich glaube, das... Das große Talent, was er da auch hat, glaube ich, ist einfach, dass er so richtig gute Leute picken kann, die ihm so einen richtig krassen... Die ihm das richtig krass producen will. Weil ich glaube, das sind immer halt so... Er creditet ja immer die Leute, mit denen er das zusammen macht. Ja. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass er halt genau weiß, was er sich für Leute da ran holt. Und dass er mit denen so einen richtig intensiven Prozess durchläuft von so, was machen wir jetzt hier mit dem Beat und so was und mit der Musik. Und ich glaube, dass halt so der Producer da im Endeffekt wirklich so genauso wichtig ist, wie halt eigentlich so der Song, den er schreibt selbst. Aber er macht sehr viel eigentlich. Er macht sehr viel, aber halt... Alleine, dass er halt dann jedes Mal mit einem neuen Producer irgendwas macht. Und dass das jedes Mal ein krasser Sound ist. Und dass das jedes Mal ein krasser Sound ist, ist glaube ich schon... Schon auch ein bisschen dann... Der Verdienst bei ihm ist halt, dass er dann einfach weiß, mit wem er das macht und wie er das mit denen macht. So. Dass er sich nicht einfach so... Oh, ich rapp jetzt was und dann macht immer ein Beat dazu und dann ist das halt so ein Ding. Es ist voll in sich stimmig immer. Und das ist ja nicht Wahnsinn. Das ist total nervig. Und das ist halt auch... Was halt dann so wichtig ist, so... Ich darf meine Wohnung nicht mehr benutzen. Aber... Er macht das ja auch so aus. Ja, aber kommt dann nicht mehr zu dir? Ja. Und da ist er auch sehr gut... Ich habe mich richtig gut. Aber... Der hat irgendwie... Aber ich schätze diese zu... Denk ich mir richtig gut. Der... Das ist mir... Der. Der... Gibt auch echt nichts zu widersätzen gerade. Der hat mich... Ja, aber guten Tag. Ich meine, ich hatte schon mal irgendwie so was ähnliches von Leuten, die meinten, irgendwie das Konflikt gibt. Aber klar, da bin ich auch nicht voll sicher, dass es irgendwie auch hier ist. Ist ja voll dumm, so dass du das benutzenst. Und ich hab auch halt, wir hatten, wir haben den tragischen Unterrichtshafter zu besitzen. Da hab ich den Typen gefragt, wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wir sind nicht da. Wir sind lange auf die Zwischenzerrenke. Dann gehen sie weg. Ich bin auch die Zwischen willkommen. Wie ist das? 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 Oh, schön. Schön gesniped. Erik hat die Bombe gezogen. Oh, oh, oh. Aber da war der die Bombe, oder? Es gibt auch eine Bombe. Ja, es gibt auch eine Bombe, die man ziehen kann. Der ist noch stärker. Sorry, ich hab nur seinen nochmal gelernt. Ja, Böse ist auch wichtig. Böse ist wichtig und richtig auch. Ja, ich hab diesen Monat dreimal gemacht. Weil ich ja auch diesen Monat in Deutschland schickte. Denk ich mir, warum das nicht? Mega. Kann man bei diesem Haus an der Ostsee geschwimmen? Echt? Ich war mein Großartig und mein Pippmann der Ostsee. Das war so vor morgen, ja. Also ich mochte es voll, dann konnte ich gar nicht geschwimmen. Ach so, ja, okay. Ich glaub ich war halt so in den armen Leuten so. Es geht so hart und alles lang. Es war aktuell noch bisschen schnittweiler. Aber es gibt wieder noch schnitt. Früher ist jetzt so, ich denk, Körper ohne von vorne. Aber ich finde es so krass. Es ist adekalt und auch so die Kehlstehle drin. Das finde ich irgendwie ungeil, die Vorstellung. Aber es ist wahrscheinlich nice, wo man sich verbinden kann. Aber ich hasse halt halt das Wasser zu krass. Oh! Schön, schön. Der Anfang ist voll schrecklich. Ich kämpfe auch um See immer so krass, um den Bock hinein zu gehen. Es war ein kleines bisschen jünger. Ja, ich glaub mehr ist eigentlich primi und so. Nee, das finde ich nicht. Also ich finde, ich finde, also für Schwimmen finde ich im See viel geleistet. Weil, es ist nicht so salzig, aber es müssen so lange, wie die Wellen sind, du bist jetzt aufgrund aus See. Aber Wellen sind gut mit nachschwimmen. Aber ich finde es einfach unstraktisch. Oh! 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 Hey, na, also Oh. Ja. Das ist Mr. Saturn. Wenn der den Schild trifft, dann geht der Schild sofort kaputt. Ich hatte es noch nie gesehen. Die Chance ist doch auch so 1 zu 300 Kunden oder sowas. Die Chance ist doch so, wie wenn mein Kopf eingelogt ist. Und dann höchst du her. Und dann hat er erstmal ins Wasser gefallen. Und ich weiß, der Heim ist da. Oh, es hat sich alles gemützt. Er hat den böse, er hat den böse. Jetzt kenne ich mich mega. Ich finde es so... Wichtig, wichtig, wichtig. Er hatte den böse, aber er hat ihn verloren. Er hat es verkackt. Der böse sah genau so. Wenn du dich ganz schnell bewegst, dann kannst du auch verhindern, dass der Gegner sieht, dass du böse gehst. Oh, das fand ich irgendwie ein bisschen auf Speis natürlich. Ja, aber ist es okay? Den böse genannt. Den böse genannt man eigentlich genau wissen. Wenn alle den böse genannt haben, dann muss er weggespechen werden. Ich finde es kurig, aber ich liebe alles, was so diese offene Meer angst. Hast du Dredge gespielt? Dredge heißt das Spiel. Du bist so ein kleiner Fischermann und musst halt so einfach Sachen auf der Tiefsee fischen und so halt fischen und so weiter. Das habe ich so krass gecapt. Ich habe es für so ein, zwei Wochen und das war ein Powered Sale. Ich habe es so gut gemacht. Das ist echt krass. Ich fand Rare, Green, Summer und Green. Ich habe aber was zum Summer Sale gekauft. Für so drei Euro oder so. Und das ist so eine Sandbox, aber halt auf dem Wasser. Ja, so ist Dredge auch. Es ist alles aber in so einem Comic-Kino. Aber es ist trotzdem vermutlich ein bisschen scheiße. Ich glaube, ich weiß sogar, welches du meinst. So grob. Das ist wirklich auch ein bisschen horrormäßig auch, ne? Ja, das geht. Es gibt noch anderes Subnaut. Nee, das meine ich aber nicht. Aber das kenne ich auch. Ja, das will ich jetzt alles beginnen. Wo bleibt die denn draus? Das kann ich dir empfehlen. Das kommt richtig. Das Einzige, was wir wissen, ist, du kannst doch nicht Pause lesen. Du willst es hingehen. Ja, aber das ist das Game-Design. Bro, ich saß, als ich angefangen habe, ich saß da sieben Stunden am Stirn. Ja, ja. Das ist eine Klassische. Du bist ein bisschen so, okay, einmal fahr ich noch raus. Voll ich nicht. So, einmal noch. Ey, wenn du sonst immer so zu sein, wenn ich eine Pfarrer nicht gebaut habe, ist der eine Haie immer noch da. Der Haie ist immer noch da. Der Haie ist immer noch da. Du kannst hier trinken. Also, der Haie ist immer noch da. Okay. So. Der ist tatsächlich... Ohhhh. Das ist gefährlich. Krass gekürzt. Oh, böse. No way! Wenn du halt ins Wasser fällt, ist es echt schreckend. Also, ich spiele auf Normalen oder so, und da macht er nicht viel Schaden. Oh, schön. Das war's. Das war's. Das war's. Das war so krass von Benno. Er spielt richtig schön. Das war richtig schön. Das war richtig schön. Das war der falsche Knopf. War richtig? Er wollte den Knopf drücken. Ich bin so hundertprozentig sicher, dass es voll geht. Ja, gut sein. Ok. Das ist voll mit viel Gangster-Rusik als Filme. Geil, nein. Oh, ist aber auch mega so gut. Du bist ja so, was? Okay. Strawstream und Deez. Man kann sich so persönlich einfach nicht da bis zu gut distanzieren. Ganz schön. Kennst du auch ein Robo-Spieler? Nee, ich habe auch Robo-Spiele gespielt. Das ist so ein klassisch Robo-Game. Das habe ich das Spiel zum ersten Mal. Das war richtig sicker-set. Und dann war ich unten in so einem Maschinenraum quasi, der so ein Kreuz war. Und dann bin ich auf der einen Seite gelaufen und dann sehe ich diesen Robo-Game. Und dann sehe ich diesen Robo-Game. Mein Körper hat sich zusammengezogen. Ja, ja, ey. Ich google das gerade Outlast sagen. Das ist so ein altes, so ähm... Wie ist es nicht so alt? Also Doshua. Nee, so ein Let's Play-Spiel. Ja, ja, mega, mega. Das war richtig popular. Ja, das haben alle gemacht. So ein Jack-Septic-A-Chiniper-Spiel. Ja, genau. Ich dachte, das klingt wie so ein Chiniper-Spiel. Aber ich habe gar kein Internet gesehen. Ich wollte mir das eigentlich angucken, weil ich kenne das selbe. Ich hatte Resident Evil immer ein bisschen mitgeguckt an deinem Ex. Das fand ich super gut. Aber ich war mal froh, dass es sich sehr falsch gestrickt hat. Ich sehe jetzt voll klar aus dem Japs-Septic-A-Sachen. Ja, 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 ja. Also wir haben jetzt halt Main-Game. Aber bei den ersten Game... Oh, no, 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 no. Das ist, was ich das letzte Naja-Spiel. Äh, hier sind sie mit Sicherheit drin bei. Aber ich dachte, das soll sein dann vergessen. Und das war wirklich nur so eine halbe Stunde drin. Ich habe aufgeregt. Es hat gar kein... Nee. Das ist wirklich ein Zeil, das irgendwie genau das gleiche ist. Nee. Ich glaube... Da gibt es ja auch die so Kackenschwester und so. Wahrscheinlich, ja. Ich bin da echt nicht so drin. Aber ein Horrorspiel... Ja, okay. Ich bin da so viel. Weil, ja, so viel ist nicht so ein Horrorspiel, das für die Jumpscapes. Sondern es ist so ein bisschen so... Es zeigt... Ja, ja. Weil, so beispielsweise, du gehst in den Raum, siehst du den Raum, kannst du mal hoch, dann gehst du durch, ist der Raum noch warm, aber alles steigt auf. Und dann gehst du nochmal durch die Tür, plötzlich schwebt, dann ist der gleich raus. Und so nur, wo die du... Ja, okay. So, dass du so... So spannende aufbauen. Ja, und so, da... 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 Aber es ist halt so... Aber es ist halt so... Oh! Stimmt. Hörst du... Das ist so ewig... Ewig lange gar nicht... Hallo, Gorfer! Von der Seite... Du musst da hinten... Und... Drehst dich um... Und hier ist noch immer... Das ist die Tür. Der hat dich an. Und der Bruder wird... Die Tür... Und so ist da... Was ist die Tür? Ja? Aber es war... Unterhalt. Es war... Ausgelaufen. Okay. Das ging... Ja. Ich weiß nicht. Ich bin halt... Ich bin echt nicht mit... Ähm... Mit Jumps hier. Das heißt... Ich komme... Ich komme noch auch mal zu essen. Ja, deswegen... Du bist ja... Vor allem das Erste... Ich habe mir das Weitrat nicht so geil gemacht. Das ist ja nicht so. Du... Hast du das erste WLAN wieder angemacht? Äh... Neh... Also es ist an. Ich bin bei irgendjemandem WLAN. Wahrscheinlich bei mir dann. Es ist aber... Die ganze Zeit angewesen auch. Ja... Ich habe das... Ich habe das... Ein bisschen. Weil ich ein bisschen überbelastet bin. Ich glaube ich mache es mal aus. Ne... Es war auch nicht deine... Keine Anrufsgesunde. Keine Funke. Ich kann eben nichts geben. Oh no... Ja... Ja... Let's go. Let's go! Sakura Combo! Ich finde das richtig wichtig. Cool! Okay... Hast du mal höchsten Code? Nö, wie gesagt. Ich hätte ihm aber was sagen sollen. Sorry, wollt ihr jemanden mitmachen? Ich bin jetzt auf keinen Fall gar nicht. Aber präerlich. Ich würde vielleicht mitkommen, um mitzukommen. Boah, genau. Das ist auch richtig dumm. Ich bin so ein bisschen unbleiblich. Bisschen. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn ich was essen würde. Es fehlt mir das, was zu essen würde. Nö, lass was zu essen würde. Ich bin am besten der Gewinntutzer. Aber ich kann dem Spiel nicht so gut folgen. Ich habe keine Spannung dafür. Was kann Marius holen? Wie hört es dich aus? Er darf sich immer nur mit dem anstellen. Marius ist Fox, ne? Wer ist der bessere Charakter? Marius. Marius. Oh no, das war richtig. Oh! Oh, wieso hat den letzten Mal einen Pupps Manager gemacht? Andauernd. Oh, okay. Ah, das war alles seitdem. Ich kann mir die Scheiße nicht anschauen. Okay, das war spannend. Machst du mal ohne Dings? Achso. War das das erste Spiel? Ja. Marius kann uns auf jeden Fall holen, aber er darf keine Scheiße sein. Für wen ist diese Plattform besser? Äh, für Fox. Marius hat gerade verloren und deswegen hat er die auch verloren. Okay, das darfst du schon. Auf der Plattform wird eigentlich fast immer Fox, außer wenn er gegen Marv spielt. Wieso? Weil Marv kann ihn einfach hochwerfen und nochmal auffahren. Wollte tippen? Was? Mit deinem Tipp. Ne, nicht mit deinem Tipp. Mit deinem Griff. 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 Einfach super. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es geht so schnell, ich kann gar nicht comprehend die Wasser. Ja! Schön, 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 schön. Warum spielst du dich nuggeln? Okay, ich denke mal, okay. Ja, ich auch das. Ich hab das Herz. Aber ich spiele so wie ohne Perfekt. Das selte, was ich spiele mit Kuchen ohne Heizsache. Ja, also deswegen hätten wir jetzt vielleicht so was zu sehen wie auch so eine Abwehr oder eine Daumen geht. Ist halt immer die gecheckt irgendwie. Ja, ich glaube wenn es ganz knapp ist, dann verstehe ich schon. Irgendwie so ein Herz ist so, dann ist es voll spannend. Aber jetzt gerade, keine Ahnung. Ich weiß wie was das für Manöver sind. Das ist okay. Es geht einfach nur darum, dass... Manöver ist auch gut. Das sind... Ey, es sind irgendwie gigantische Manöver. Okay. Also Marius, du musst das jetzt gewinnen, um eine Chance zu müssen. Ja, ja. Sozusagen. Ja. Weil es ist ein bisschen gigantisch. Aber es ist auch eine gute Platte. Aber wenn er den Fallrückzieher macht, dann ist Marius gerade den. Den was macht? Weil er den Fallrückzieher macht. Wenn er so einen... Ich zeig's dir gleich. Er wird's ja jetzt nochmal machen, weil er ist nie groß. Wenn er den macht, dann ist er gar nicht gigantisch. Ich hab's nicht gesehen. Aber er macht den Salto einfach auf der Stelle. Er macht so ein bisschen. Das ist so ein Eimer auf der Stelle. War's das? Ja. Hat er gemacht? Ja. Ihr habt's gemacht. Es war's, Marius. Let's go! Ja. Was ist das? War's das? Ja. Ja. Schöne. Das war's. Ich hab's nicht. Ja. Tja. Ja. 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 Das ist nicht krass. Ich kann mir die Scheiße nicht mehr an, du hast das so. Das wird jetzt richtig schwer. Hier muss er jetzt richtig krass so rauskommen. Der hat sich nicht vermerkt. Ja, ja. Das müsste vorhin sein, dass es drei, zwei, die lang immer hochziehen. Ja, keine Ahnung. Ich bin schwierig. Hat das schon jemand geholt? Ja, andauernd. Ja? Ja, klar. Rassalig war das jetzt halt so, dass Jans und Dennis immer... Ja. Also es war ganz oft ein Schwerpunkt, zwei im Spiel vor und dann ist er drei Spiele noch hoch. Das war auch nicht ganz offensichtlich. Andauernd. Andauernd. Aber es ist krass. Es ist wirklich schwer. Da musst du so viel Energie und mental fortitude und sowas. Ähm. Gerade weil eben Dennis, ja, das Spiel auch immer so richtig gern war. Weil die beiden sind langsam sterbende, langsam aktiv. Und ich bitte, ja. Guck mal an, 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 ja. � souvent. Wann war das eigentlich möglich? Ich glaub, mein Player ist aufgewacht. Ich glaub mein Player ist aufgewacht. Äh, weil ich finde ich zu viele Sachen habe und dann darf sie natürlich halt einfach ein Problem lösen. Ja. Ich hab grad konstigt gewerkt, dass du mir darüber reden solltest. Über was, über was? Egal, 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 aber was? Ich bin so ein Psy-Up-Grad. Über was, über was, über was? Nee, aber jetzt, wo das heißt, dann hab ich mal so so auf den Sacken stieß. Ja, wo? Stille! Das war so viel lustig. Um was geht's, um was geht's? Ich habe gerade aus dem Nichts einlassen gesagt, dass ich neulich einen großen Stapel-Sack gekauft habe. Und dass es sich sehr gut anfühlt, dass ich einfach so... Aber das ist mein Problem, der ist ein Kanzel, um zu wenig Sacken zu haben. Jetzt hab ich dich von mir aus dem Zeit, damit es sich Psy-Hop macht. Ich wünschte, ich hätte das getan. Ja, shit. Aber ja, hab ich auch vor. Shit, shit. Letztes Jahr war mein großer Schritt, dass ich so in so richtig viele neue Untersuchungen investiert hab. Und dieses Jahr, jetzt ist es halt, komm, komm, jetzt die Füße dran. Geht ihr die Füße dran? Ja, du weißt. Ja, du weißt. Ja, wirklich die Klamotten, die der wenigste Stoff sind, sind die teuersten. Oh, Irfan ist da. Wie der Heide, ich hab vorgestern auch gesagt... Irfan, ey, schreibst du die ganze Zeit verzweifelt und wir lesen's. Oh, sorry, das ist so klein geschrieben. Habt ihr schon die Löwen gesehen? Ja, sie ist hier mit uns. Und es stellt sich heraus, das ist sehr solidisch. Ja, das ist hoch. Oh, shit. Er ist nervös, er ist nervös, er ist nervös jetzt. Look at his ass. Ich dachte, wie der Löwe wäre fake, aber ich glaub, ich bin jetzt ein bisschen Löwe-Trufer geworden. Ja. Meine Mutter meinte, verschiedene Leute haben die Löwen schon gesehen. Ja. Ich kann's nicht kurz hören. Achso. 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 Nein, das ist nicht. Oh, aber guck mal. Ja. Okay, das ist ein bisschen ekel. Ich hab heute mit der Nähmaschine in meinen Fingers und dann in die Nähmaschine geraten. Und der gerade ist... Ja. 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 Ja, schön. Mein Neuer mit Corona hat mir geholfen, um die Nähmaschine zu reparieren. Nice, nice, nice. Und dann hab ich halt in meinen Fingern genäht in die Nähmaschine. Absolut. Schön, schön, schön. Das ist genau das wollen wir sehen. Aber ich hab voll viel genäht davon. Oh, Digga. Super cool. Das ist halt eine Sache, die ich unbedingt lernen will. Aber ich kann auch nicht gut. Ich hab einfach nur Klamotten, die mir... Nicht gierig, nicht gierig sein. Ja, aber sowas würde ich halt auch... Ich ne, einfach immer so ein bisschen enger. Ist eigentlich nicht so schwierig. Man muss einfach das einfach nur da einmal durchrattern. Aber Nähmaschinen gehen irgendwie die ganze Zeit kaputt. Das ist jetzt das Problem. Ja. Ne, ich geh nicht so an. Ich war ein bisschen traumatisiert davon. Ich dachte voll... Ich hatte hier halt auch so eine Stelle. Und direkt danach hat halt voll wehgetan und verblutet. Und ich dachte kurz, ich hab durch meinen Finger durchgestochen. Weil ich halt hier und hier blutverlust. Ja. Es war so... Oh mein Gott. Nee. Es muss vor allem, glaub ich, richtig weh tun. Es ging irgendwie klar. Also es war so... Im ersten Moment hatte ich halt eher so diese Gedanken so... Ich hab jetzt grad einen Adrenalinschub. Ja. Aber eigentlich ist es noch viel schlimmer. Und ich hab meinen Finger impaled auf der Nähmaschine. Und dann hab ich gemerkt, es war einfach okay. Ja. Ich stehe. Ja. 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 Egal, Marius. Ich kann natürlich nicht... Holst du erst noch? Nee. Ich glaub bei Marius... Erst... Nein, aber ich meine... Wenn es einfach nur darum geht, wer gerade besser spielt... Zumindest im ersten Fall, ja. Ja. Der Ami. Aber vielleicht... Wer war besser? Der Ami. 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 Das ist noch extra laute. Wir wollen, wir wollen noch, dass der gewinnt, okay. Aber er spielt auch... Er macht das immer? Er ist so krass, krass gierig immer. Also immer rein, wenn... Nee, 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 nee. Nicht mal das... Er macht so... Er setzt so richtig auf so Sachen, wo der Gegner halt was verkacken muss. Und das klappt halt gegen so ein paar Leute hier. Und das klappt ganz gut gegen mich, weil ich der sloppiest Player on Earth bin. Aber halt so... Irgendein Spieler, der so bisschen Solid ist, der fickt den halt dafür. Oder... Das ist wirklich wahr. Das war ein schöner Engel von ihm. Aber er ist schon trotzdem. Schöner, das war es. Oh, vielleicht nicht, vielleicht nicht. Ah! Nee, das war's. Nee, das war's. Shit. Shit, shit, shit. Nein, Baus, du bist einfach nur ein gieriger Bastard. Muster. Das ist wirklich wahr. Ja, aber nicht, wenn jemand gerade am Boden ist, nachdreht. Ich hab nicht nachgedreht, ich hab ihm konstruktive Hinweise gegeben. Ja, tatsächlich. Nein. Hör auf jetzt! Marius. Sag's mal anders. Marius, ich brauch jetzt nichts sagen. Ich sag's dir genau wie du bist. Halt einfach! Nein, nein. Ich möchte nicht Konsti als Coach haben. Er will es nicht hören! Ich will Konsti, Konsti, so. Halt viel im Zoller. Okay, meinst du so, Konsti. Konsti! Halt dich, sag's so! Ich bin lieber da. Wehe! Weiß ich was da sagen, soll das Besotten sein? Ich muss einfach mal dran spielen. Nein, 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 nein. Einfach schmeiß ihn runter und warte, was er macht. Keine Shyspipes. Wir machen immer Witze über so Männer, die so so, 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 so. Ne, nein. Ich hab's nicht gecheckt. Nee. Nee, hör mal zu mir und ich auch so door to far to see use oder kn pitched mal, ich mod第二 semis fing ein. Nitz lang. Nitz lang gar nichts so reing- ist rein! Äh-eh, nein! Höeh, vähe, hä, hä. Ich hab' in dem äh-ha. Es grünerst ziemlich dynamik irgendwie. Wäst du komm, Dennis? Na ja. Hey, ey, äh! Ja, I got h-withiers. Ne 자신 colpa hat ja erst vulnerable. Ja. Jetzt würde ich mal vorher fragen, wer besser ist, wenn ich mich schon mal so einschätzen kann. Also tatsächlich war es so, dass die beiden sind im Mittelfeld, also so in dem... Also das ist ein Evening. An sich ja, die hatten auch am Anfang, würde ich sagen, von deren... also als nächstes Nicolai Franenberg, der von dem ist ausgeboten. Jetzt ist es ausgeblich hier, also es könnte wirklich jede Richtung gehen. Aber die beiden sind so die, sag ich mal, die Oberkunde vom Mittelfeld. Das ist so... Meistens, von denen die anderen alle umgehen, die sich hier rein entschalten. Das sind jetzt den Konsidialen, äh... ...aufgesagt und so. Das sind so die anderen, die so in dem Bereich spielen. Also... Mit dem T von Dennis. Und wie soll NRW man heißt? Ja! Also... Dennis ist ein bisschen später gekommen, hat sich vergessen anzumelden und war super traurig. Ja. Und Dennis... Deswegen hat Konzi den Seed, äh... hat sie seinen Sport aufgegeben. Ja. Mega lieb. Let's go! Hallo Gorg! Gorg! Ich hab mich gewohnt, ich hab mich gewohnt. Hast du gegen die Wand geschlagen? Hast du ihnen Luft gegeben? Nein. Ähm... Zeig mir immer, hat sie so... Die Hände sind nass, weil ich sie gewaschen habe und es kein Papier gab. Weil du bist scheiße. Ähm... Haltes Ausschuss! Es ist okay, es ist okay. Es ist okay, es ist okay. Das... Das... Das ist einfach ein important character. Konzi! Also Konzi, ich möchte nicht, dass du mein Trainer wirst. Nur irgendwas. Nee, ich bin der beste Trainer. Ich weiß gar nicht. Konzi... Das war völlig klar. Nee, hör mal zu jetzt! Hör mal zu jetzt! Hör mal zu jetzt, ja! Bruder! 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 Bruder, Digga! Ich muss jetzt mal... Pass auf jetzt hier! Ja! Er muss verstehen! Er muss verstehen! Er hat das Potenzial, das zu gewinnen! Aber er muss... Er muss... Aufhören! Er muss aufhören! Er muss mehr trinken! Er muss... Nein, das muss er nicht machen! Das passt nicht! Wie darfst du? Äh... Er ist es! Er hat auch ein Nuss genug tatsächlich! Und das ist alles zu verkauft! Aber ich glaube, ich muss den Armin auch in Fuckbindes besiegen, dass er es gehört ist! Oh! Ah! Egal! Er ist es! Kriegst du eigentlich das Geld von Dennis? Wenn er Geld gewinnt? Wenn er eigentlich nur fair! Das war eine Investition in die Zukunft! Also ein zweiter kriegt 10 Euro! Sag ich mal so! Wieso habe ich... Wieso habe ich meine Teilnahme auch gemacht? Ja! Habe ich jetzt 20 Euro bekommen? Ja! Digga! Wisst ihr wer der gierige Bastard sein sollte? Ich! Nein! Ja! Ja! Das macht einmal! Ja! Das ist echt der gierige Bastard, den wir haben, oder gegen Wasser, den ich verdient habe! Nee! Ja, da ist irgendwie sowas in die Wichter gemacht. Wie Dennis, wo das ist? Das ist schön. Alle machen es super. Nur der beste Berliner soll halt gewinnen, ne? Ja. Wenn der Verlinker auch geht. Oh, das ist jetzt schief. Ja. Ja. Ja, ne? Das hört zu laut. Jemand haut von oben drauf. Ich mach mal eine Tüße. Ich mach mal eine Tüße. Aber ist schon nachts. Ja, ist schon nachts. Wie geht er? Sagt ihr draußen mal in den Kopf? Sie müssen draußen auch noch leise sein, sonst kriegen wir lautstärkig. Oh mein Gott. Ich hab' immer noch 2.10, aber er hätte gerne können. Ich hab' jeder von denen außer Dennis hat schon mal gegen Idiotami gespielt, ne? Was? Alle von denen außer Dennis haben schon gegen Idiotami gespielt. Ja. Gegen Ida. Ja, ja. Doch, Nikola hat mich beierst einmal. Okay. Und Nikola hat auch gegen ihn verloren. Ich glaube, Dennis ist dann das beste Hoffen gerade. Oder Marius. Weil ich bei Nikola glaube ich nur so krass kann. Nice. Wer ist Nikola nochmal? Der andere? Ja, okay. Ah, ja. Ich weiß mal so wahre Sachen verleuten und dann kann ich die manchmal nicht zu der Person in echt zuordnen. Dann weiß ich doch wer es ist. Oh, stimmt. Nikola spielt auch gut gerade. Aber ich glaube, da ist so zu viel Schließmöglichkeiten. Und ich glaube, wenn Nikola so ein bisschen nervös ist, dann ist das ein bisschen vorbei. Ich habe das Gefühl, der hat es nochmal ganz toll gemacht. Also, willst du jetzt rauslassen oder spielst du noch mal? Ich will nochmal. Du hast doch, du hast die Chance, das alles zu holen. Also, ich glaube an die. Wenn ich gegen mich so gespielt habe. Doch, doch. Es leidens, wenn ich so bin, als gegen Dennis. Wie? Wie sehe ich? Wie sehe ich? Ach so. Ich glaube, wenn Marius sein Ding nicht gespielt, dann kann er immer Dennis besuchen. Aber... Es wird zu. Aber Dennis ist eher die Konstante bei so Sachen. Ja. Das hat der Flow. Das ist, wer tatsächlich die Konstante ist. Das ist Konstantin. Ja. Oh mein Gott. 21. Hat ich ein Kiel. Naja. Oh. Hat doch Kiel. Wir haben nichts gesagt. Oh. 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 Das hat aber auch geknickt. Das ist auch nicht so. Aber egal. Ich fand, wie deine Hände schon so neu ist. Ich weiß. Ich bin so nervös. Aber das ist voll gut, weil ich habe trockene Hände und das befeuchtet mich. Ich kriege viel anpacken. Ich hätte im Turnier etwas spielen sollen. Es ist voll lieb, dass du an Dennis abgefunden hast. Nee, ich bin zu viel. Ich würde das so spannend sagen. Oh. Was? Nö, ich hab schon Lust. Das kann das jetzt so lügen. Aber es wäre ein bisschen. Lüge. Ich hab das. Ich hab das. Scheißhautes. Nee, es wäre eine falsche Annahme. Ich hätte schon ganz gern Bock gehabt, aber ich glaube, es wäre am Ende wirklich so ein Ding gewesen von so. Jetzt gerade gibt es so eine coole Timeline von so. Wir versuchen alle diesen Abi zu besiegen. Was witzig ist. Doch dann kam die Konstantin. Und sonst wäre es so ein Ding gewesen von so. Okay, acht Leute knüppeln sich um den dritten Platz. Und dann spiele ich mit dem Abi um den ersten. Und das finde ich so ein bisschen so. Welcher Ami? Erschlunds Friend. Erschlunds Friend. Erschlunds Friend. Ja, wie lange. Du sagst die ganze Zeit dein Name nicht. Sorry, weil ich mich persönlich kenne. Ich bin zwar auch Erschlunds Friend, aber... Seid ihr nicht so aus dem First Name Basis? Ich habe mir heute das erste Mal gehofft. Oh! Oh! Let's go! Ganz schlimmer Gimp. Das war ganz egal. Das war richtig ekelig. Der war auch so richtig so... Wie so ein kleines nasses Taschentuck. Was? Was war so gut Gimp? Gimp ist, wenn du den anderen rausschmeißt und so ganz ganz leicht nur triffst. Damit er runterfällt aber nicht zurückkommen kann. Das ist so richtig so ein niedriger Prozent-Ding. Das hat er gerade gemacht mit so einem ganz ganz schwachen Hit von dem einen Ding. Das war so richtig wie so... Als hätte ich mit so einem kleinen nassen Taschentuck so gehauen. Und dann riecht es so... Und dann ist er runtergefallen. Ja, finde ich geil. Das ist auch nicht geil. Das sind die schlimmsten Sachen, die dir passieren kann. Gimpft werden. Ja, Mario, ich mach das richtig. Das ist ihn ja nicht gierig. Es ist immer so ein kleines bisschen... Wenn du das machst, das ist schon ein Commitment so. Wenn du das verkackst, dann kommst du auch nicht richtig in die Hose. Das war das Problem. Also du meinst, Marius will so zu krasse Manöver machen? Marius macht mal ein klavistisch krass Gimp. Ich erkläre gerade, wie Gimp funktioniert an einer Person, die häufig Gimp's versucht. Das ist ja die legitische Strecke. Aber es ist ja auch eine gute Stärke, wenn man das Gimp-unfähig kennt. Das stimmt. Dommel zum Beispiel ist extrem gut. Er ist so ein richtiger, richtiger Wasser. Welcher nochmal? Welcher nochmal? Der Hardback. Der Berliner Dommel. Also er ist so der Gimp maßbar. Das ist eine richtige Anstörung. Es ist total legit. Man muss es wirklich anerkennen. Aber es ist ein bisschen so... Ich dachte wir spielen das Spiel jetzt. So ein Dirty Gimp maß. Aber es ist halt wirklich eine Sache, wo viel Risiko hintersteckt. Wenn du es verkackst, dann kann das häufiger nochmal dein Spiel bedeuten. Der Fox ist ein ganzes Schliff. Aber auch Darth ist halt Risiko. Mit Falken kann man es halt gar nicht mitmachen. Das geht auch. Aber es ist voll Risiko. Wenn du mit Falken den Gimp verkackst, dann stirbst du anziehen. Das ist so richtig so, entweder er stirbt oder du stirbst. Du musst so richtig wissen. Oh mein Gott. Okay, okay. Nice. Oh nein, 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 nein. Oh. Das ist richtig. Ein zentraler Teil von Dennis Rayplan ist die Waschmaschine. So eine Klamotten wird immer so. Ja, genau. Ja. Ja klar, ist auch ein zentraler Teil von meinem Gameplay. Tatsächlich. Ich habe heute die Wäsche gewaschen. Nee, nee. Ich meine... Achso. Du machst die Waschmaschine ab. Ich mache es echt nicht auf die Wäsche. Du machst die Waschmaschine, aber mit Donkey Kong. Ich habe ja auch Peach gespielt. Das stimmt auch. Ich bin ein Donkey Kong-Main und ein Peach-Mainer. Peach secondary meinst du? Ja. Oh. Schön. Und... Das war nicht so. Ich habe nicht gesehen. Er wollte ihn töten mit so einer... Das heißt, Zoom ist halt leer, weil er sich dabei selbst unterbringt. Oh. Aber wenn es trifft, dann sterben sie halt beide. Aber er hat halt drei Leben gegen eins. Das heißt, ich bin jetzt schon. Aber er ist halt verklagt und deswegen hat er sich gestorben. Beide. Das war stimmt. Schnau, ne? Das war schon lange. So. Das war zweieinhalb Minuten. Manchmal fühlt er sich halt so lange... Ich habe das gehe ich jetzt mal anpassen. Ja das muss man zusammenreisen. Und ähh... Ehrlich gesagt, kein Satz. Ich weiß nicht was die Uhr zu reinz. Was ist die ein... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe immer so ein bisschen versucht zu gucken, dass ich irgendwie auch so ein bisschen... Oh, das ist sehr gut, wie ich... ...als man geredet werde vielleicht. Das ist doch sehr einfach so krass. Der ist jetzt richtig tief, tief da ab. Ich glaube, du musst einfach mega so Uhu sein. Ich finde die Haare richtig lustig. Das ist mega geil. Oh, das ist ein T-Shirt von Dennis. Das ist nicht crazy. Vielleicht hat das ja noch so lange dauert. Schade, gut, auf was du brauchst. Oh, das war eine Fähre. Ich hoffe, dass wir ein Anime-Cupus-Bild machen können. Das ist ja witzig. Das ist ja so gut. Ich bin so gut. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Hat er einen Schlaf? Ja. Oh. Oh, Gott. Oh, oh. Oh. Die Rolle war ein bisschen auf jeden Fall. Ich hätte es auch nicht gewöhnt. Ich hätte es auch nicht gewöhnt. Oh, so viel hier. Oh, nein. Yes. Oh, sehr schön. Game five. Oh. Wow. Das bist aber du eigentlich. Das bin ich. Ach so. Oh, wie süß die sich ankommt. Aber ihr könntet beide Gender sein, aber ehrlich gesagt... Aber das hier ist Konstantin. Ich bin aber nicht, dass es ein Bart auf einem Schiff drin wurde. Stimmt. Stimmt. Das ist ein Bart wahrscheinlich, ne? Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, dieser Anime-Filter ist ein bisschen PG, weil ich sehe, man sollte den auf TikTok benutzen und der macht immer einen riesige Brüste und der hier kann keine Brüste generieren, so irgendwie. Oh, das ist alles so knapp. Unglaublich. Ich glaube, wir werden jetzt eine große Presse machen. Ja, ich glaube, wir werden so eine... Eine Monster passen. Einen Anime-Girl. Oder einen Anime-Girl. Oder einen Anime-Girl. Ich weiß nicht. Also, ich habe wirklich noch nie, ähm... Oh! Oh! Es hat funktioniert! Oh Gott! Okay. Wir sind drei Personen. Was? Dann ist doch so schlimm. Das ist so schlimm. Oh! Der Böse! Oh! Der Böse! Nikola hat kurz den Böse genommen. Aber es war gut. Denn es ist der Böse. Ein Mensch geworden. Der Böse. Dann muss er erst mal nicht stoppen. Ah, jetzt stoppen. Hätte er mehr daus machen. Der Böse. Der Böse. Der Böse. Das ist jetzt 2 zu 2. Ja. Oh, dann ist es das Entscheidende. Das ist erst. Okay. 3, 2, 1, 5, 5... Oh! Ja, da war gut. Ja, das war gut. Okay. Aber... Ich verstehe. Oh mein Gott. Wo ist denn Leo? Nein, ich weiß es nicht. Also nicht unser Leo, der andere Leo. Ich weiß es nicht. Nicht unser Leo, sondern unser Leo. Wie ein Leo? Ja. Let's go. Oh, was hat er los? Das war auch groß. Oh mein Gott. Das war cool, das hat er sich auch. Nice. Das war richtig cool. Sehr gut, Dennis. Ja, er hat das nicht gern gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nach oben weggefahren? Das Ding, dieser kleine blaue, der macht ihn halt nach oben. Bist du wie da. Wenn er das genau richtig macht da oben, dann heißt das halt, dass er einfach weggeht. Das ist halt da oben raus. Haben wir jetzt Zeit für eine Pause? Ja, ja, mach eine Sekunde. EINE Sekunde. Let's go. Der Kürtmeister. Der Kürtmeister. Schlimmste Sache der Welt. Der Kürtmeister. Der Kürtmeister. Ich glaub, mein Gäste. Der Kürtmeister. Der Kürtmeister. Der Kürtmeister. Der Kürtmeister. Der Kürtmeister. Was heißt das? Es heißt Cloud Finals. Kommst du mit mir? Ja, komm mal. Cloud Finals ist, wenn bei einem Turnier ein Spieler ist, der es eigentlich gewonnen hätte, der dann halt gegen den Gewinnerspieler ist. Und das wird halt eh für die Spieler... Das ist halt... Ne, also... Lautfunk und ohne Fall. Just ein paar Mal zu tun. Nein. Ah! 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 Just so ass. Ah so. Das ist so ass. Oh, das ist so ass! So. Oh, das ist so. Oh, das ist so... Oh, das ist so cool. Oh, das ist so... Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Nice. Yeah. Nice. Nice. Oh my God. Oh my God. Yeah. 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 Er ist über 4.4 und er hat ihn gewonnen. Los geht's! Du hast ihn! Los geht's, Danny. Schade mal was. Schade mal was. Ich muss mich nicht mehr bezahlen. Ich muss mich nicht mehr bezahlen. Nein, ich muss mich nicht mehr bezahlen. Ich muss mich nicht mehr bezahlen. Das war sehr hype. Er hat so einen. Er muss zwei mal hinter den anderen. Wir haben noch nicht einmal gegeneinander gespielt. Das könnte richtig spannend werden. Oder es könnte richtig blau sein. Er meint, er ist ganz gut gegen dich. Ich hab so eine Information eingebunden. Ich hab so eine Information eingebunden. Ich stelle ein bisschen davon ab, was deine Trainingspartner sind. Ja. Wir hatten früher in Berlin sehr viele chic Spieler, also für eine junge Frau. Das heißt, wir sind theoretisch gewappnet dagegen, aber es ist auch eine Weile her. Okay. Der ist auch sehr chic. Ja, der hat auch schon. Du hast auch eine gute Idee. Der ist schon sehr zu planen. Der geht in die Waffen. Ist es auch. Ist es auch. Berlin gegen SoCal. Und SoCal ist die Region eigentlich. Was? Was? Das sind jetzt noch höchstens zwei Sets. Und dann würde ich halt Fuck-Finals spielen. Was? Ich bin der eigentliche Gewinner. Oder ich wäre der eigentliche Gewinner. Und dann muss ich gegen den Turnier spielen. Oh. Schön. 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 Er macht's gut. Er macht's gut. Das ist schön. Wenn er das weiterkonstruieren gespielt, dann ist es gut. Oh. 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 Gut adressiert. Oh. Oh. Hast du noch eine Wackel mit dem Cheddar? Nee. Oh, Dennis hat zweimal die Wackelkühle betätigt. Das hat viel Mentor-Berbage gemacht. Nice. Ein Kroon, das wenn sie mit dem Kroon zuhause ist. Ja, das ist ja schwer. Wie ist das? Oder der Ruti? Wenig mit dem Kroon ist auch ziemlich geil. Nein. Aber wie ist es mit der Kroon immer im Allkühlen? Das ist schon stark. Ja. Oh, so krass. Oh, das war ein richtiger Triffung. Wir hatten keine Tournive dazu. Das ist gut. Ich bin konzentriert. Schön. Guter Training, guter Training. Das war richtig stark. Ja, Digga, let's go on. Oh, he's nervous, he's nervous. Sokal in Shambles. Let's go, Dennis. He doesn't even know about the Berlin Special. What? Der Berlin Special ist, wenn du auf der Plattform die Waschmaschine machst. Das ist richtig schlecht. Er hat es auch ein paar Mal gemacht, aber es ist richtig schlecht tatsächlich. Es ist wirklich so, wenn du weißt, was passiert ist, alles ist alles so gut. Sag mal Reis. Das ist mein Herz. Dennis ist nice. Das ist ein großer Bestandteil zwischen Thomas und Highlight und Highlight und Highlight. Ich heiße auch Thomas mit zweitnamen. Ich heiße auch Thomas mit zweitnamen. Oh, crazy. Thomas ist zweitnamen im Gang. Thomas ist zweitnamen im Gang. Wirklich, für real. Das ist einfach nicht der. Ihr zwei halt. Oh, das war cool. Er hat gerade so ein scheuer Gefährder. Oh, der Toast. Oh, wow. Was ist das gerade? Also, ja. Leber. Ja. Das ist wirklich special, oder? Nee, nee. Wenn es wieder so grün wie du magst. Schau mal auf, was du hast. Ich komm mal auf, was du hast. Ja. Kommt dir etwas passieren? Es ist halt ein bisschen. Oh. Das war ein guter Weg. Schau mal auf. Das ist so schön. So ganz schön. So ganz schön. Schau mal auf. Dipi. Näh. Nee, Loupi. Das ist das, wenn du so ein Toast. Oh. Ahh, okay. So der ist so richtig von The rest. Das war richtig schön von dem auch. Oh, das ist sehr schön. Oh, na. Ja, bisschen so stade. Ich hab eigentlich gar keine Kraft hier. Ja, so ist die Fremde. Das ist ja auch richtig. Oh fuck. Das ist super. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ciao! Er kann das noch holen, das kann er easy noch holen. Ein Luder Stock jetzt, das ist vorbei. So drei Waschmaschinen? Ja, schon viel. Jetzt muss scheuer das. Ja, schon noch. Ja, nein, nein. Oh! Er ist ein schlechter Van Dennis, aber er kann's holen. Ich weiß, ihm die höchsten Chancen ziehen können. Ich weiß nicht, wie wir hier so Leute vorbeigehen. Und ich hier zu Gute haufen und so, und da vorne ist die Familie vorbei. Ja, die gucken manchmal. Wir sagen manchmal, dass das so das Aquarium ist, dass die Leute rein schauen, jetzt werden wir so Fische. Ja. Aber auch wenn Leute spielen, dass man einfach draußen guckt und dann zogt. Ja, das ist das so gut. Ja. Ja, das ist der 6 bestes Schieken Zog. Ja. Das ist das 6 bestes Schieken Zog. Das ist das 6 bestes Schieken Zog. Tag, 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 Tag. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, who the fuck is Vessel man? Ja. Ich habe mich zu beaten. Ich habe mich zu beaten. Oh. Oh, nice, 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 nice. Er hat es. Er hat es. Oh, no. Oh, no. Did that cover both? Maybe the option is to go off Sedge. Guys, how good is these against Falcon? Nice try, though. Oh, oh, that was, that was... Let's go, nice. Let's go, nice. Let's go, nice, nice. Let's go, nice, nice. He's Zelma. He's the dumbest man on earth. No. Yes, perfect. Very nice. Needs a double jab. He needs a double jab, guys. Oh, that's, that's, guys. What's the score? Is it 2-1? No, 1-1. 1-1, okay. Okay. Get it? Nice. Nice. He, he's pretty good against Falcon, especially if he grabs too. No. What, what, what is, wait, what does grabs mean? Does he, like, just, like, start grabbing you, like, when you're shielding? Cause that's bad. That's very bad. Nice. Very nice. Nice. Oh, fuck. Kannst du erst den Controller nehmen, den wir noch nutzen können? Ähm. Ja, du kannst den eben schon den Controller nehmen, der ist da hinten deine Tatsache. Oh. Oh, das ist ja. Du hast gerade den Brustaschen abgetanzt und abgetanzt. Ja. Okay, good job. Oh. 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 Hans. Ja. Oh. Oh, my God. Alright. Uh, uh, uh. Eight 아냐. Yeah. Uh, I'm... Vielen Dank. Hast du vorhin gespielt? Nein. Hast du vorhin gespielt? Was geht Asta? Oh Asta! Oh Asta! Oh Asta! Oh Asta! Oh Asta! Oh Asta! Vielen Dank. Also, Konsti war so humble und hat seinen Spot Dennis gegeben, weil er sich nicht registriert hat und ein bisschen zu spät kam. Oh, Ulle ist tatsächlich nicht sauber. Ulle ist ich. Und ich habe heute nicht geduscht. Oh, schöner Downsweich. Oh, Schnau ist ein Spotdodge. Oh, was? Das war verrückt. Also, Konsti hat heute noch gar keinen Set gespielt. Ich habe einen Stock gegen Banane gespielt ganz am Anfang. Oh, das war ein Zane. Er ist der schlauste Spieler der Welt. Ne, ah, fahr, bist du zu langsam. Ah, ja, das war ein guter Reaktion. Das ist eigentlich nur Reaktion, ja, aber... Ja. Ja, 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 ja. Oh, Schnau. Okay. Okay. No. Es ist nicht Downsweichung, bitte. Nicht Downsweichung, Dennis. Bitte Downsweichung. Nice. No, no. He pressed the wrong button. That was an accident. He did not want to do that. That was it. Shame, shame. Oh, no. He wollte kein... Yeah, 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 for sure. Oh, oh! Oh, oh. Yeah, me, too, me, too. I would've, like, I would've... We would've said- Thank you. Thank you. Thanks, mate. I thought I'd like. You would've like to... Yeah, that's the best you guys. Yeah. I was just so wish you were hoping for you to win, so that we were getting played. Good shit. Thank you very much. I think that I love stuff. Yep. Nice. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 I can... I... 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 ... 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 Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Yeah.